Musik Seit 1955 geben die Wiener Sängerknaben Konzerte in Japan. Gestern Abend sangen sie in der Wiener Stadthalle für Japan. Die haben sehr viele Lieder auf Japanisch gesungen. Man hat schon ganz große Verbindung gespürt und auch gesehen, dass sogar die Kinder wissen, um was es geht, warum sie hier singen und was sie singen. Das heißt so viel wie eine Brücke nach Japan und ist der beste Titel, den die Sängerknaben diesem Abend geben konnten, denn sie stehen seit vielen Jahren für diese Brücke zwischen unseren beiden Ländern. Ich habe sie schon als Kind bewundert, da war ich auch in einem Chor, wäre aber am liebsten einer von ihnen gewesen. Die Sängerknaben sind in Japan extrem beliebt und ich habe heute gehört, dass bei uns auch immer die meisten Karten verkauft werden. Dort werden die so empfangen und gefeiert wie bei uns die Popstars, das kann man sich ja kaum vorstellen. Warst du selber schon in Japan? Ja, ich war schon in Japan. Alles war eigentlich meine beste Tone in Japan. Und da sind auch die meisten Fans der Sängerknaben und deswegen werden sie auch vom Kaiser empfangen. Wie geht es den Eltern, wenn das Kind drei Monate weg ist? Ja, Gott sei Dank gibt es Skype. Der Vater ist ein bisschen kalt schnäuziger, glaube ich, als die Mutter. Natürlich ist es nicht so lustig, aber andererseits weiß man, was das Kind lernt, sieht, was es davon hat und dann gewöhnt man sich daran. Danke. Danke. Danke.